Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Meine Halloween-Bestellung ist endlich da. Ich möchte nämlich für euch das erste Mal zwei Halloween-Looks machen, ähm, schminken, zeigen und, ähm, dieses Video ist wieder in Kooperation mit Kultfaktor entstanden. Die Seite und alle Produkte verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Und hier ist, wie gesagt, ähm, ja, ein bisschen Make-up und Krams dabei, aber auch Deko-Artikel sind dabei, denn ich habe euch ja noch eine zweite Verlosung versprochen und da Halloween ja so knapp vor der Tür steht, wird es eine Blitzverlosung werden. Wie das Ganze läuft, das steht auch unten in der Infobox. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück und zeige euch jetzt erstmal, was ich bestellt habe. Starten wir mal mit den zwei Make-up-Sachen. Und zwar ist das hier von maskworld.com. Ähm, und den hatte ich früher schon mal unechte Vampir-Zähne. Das ist eine sehr gute Marke, wie ich finde. Und das ist hier Creme Make-up Leiche, hautfreundlich und ergiebig. Es ist wasserlöslich, hat eine hohe Deckkraft und ist sehr wischfest. Und da sind diese Farben hier dabei. Wenn ich die dann benutze, in den Videos werdet ihr das ein bisschen besser sehen. Also das ist ein weiß, ein braun, ein, wie soll ich das, so ein dunkelpink und ein lila. Einfach so zum Augenringe schminken und so. Hier seht ihr das schon ein bisschen. Damit werde ich also ein bisschen rum experimentieren, euch was zeigen. Und dann für die, wo es ganz schnell gehen muss, so etwas. Das hier sind Gangster-Tattoos. Also das sind quasi Narben. Hier, als hätte euch zum Beispiel ein Ungeheuer angegriffen. Hier ist schon so ein bisschen genäht. Das sind so Schusswunden vielleicht. Und dann auch noch eine Packung Blut. Bloody Scap ist das. Und genau. Da sind sechs Tattoos drin und dieses Bloody Scap. Und damit werde ich auch ein bisschen rumprobieren und das ausprobieren. Und euch, wie gesagt, in einem Video zeigen. Und dann habe ich noch zwei richtig geile Toile. Und zwar... Ach, hier seht ihr das ganz gut. Diesen Haarschmuck, den werde ich gleich mal auspacken und auch aufsetzen. Den fand ich richtig, richtig cool. Das ist ein Haarreis. Moment, ich mache den wirklich direkt mal auf. Weil bei meinen Looks soll es darum gehen, dass sie schnell sind und wirklich einfach. Und ich finde, wenn man dann sowas noch ergänzt, wie zum Beispiel diesen Haarreis, dann sieht das schon wieder nach viel, viel mehr aus. Supergeil. Yay! Und dann habe ich noch was Geiles. Und zwar eine Perücke. Ich habe ja sehr, 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 sehr viele Perücken. Und das ist meine erste weiße Perücke mit schwarzen Strähnen. Supergeil. Mit Pony und so. Also das macht, glaube ich, auch viel, viel, viel her. Hier auch wieder mit diesem Zombie-Look geschminkt. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist Phantom. Die Perücke heißt Phantom. Eventuell. Genau. Und jetzt zeige ich euch noch die Produkte, die ich gerne unter euch verlosen möchte. Wie gesagt, das ist Deko für eure Halloween-Party. Und in diesem Paket ist enthalten einmal ein Becher Set in orange mit Fledermäusen drauf. Dann eine Happy Halloween-Gerlande. Mit einem Gespenst. Ach, hier seht ihr das. So sieht die aus. Niemann. So sieht die aus. Das ist die Gerlande, die mit dabei ist. Dann haben wir noch Konfetti. Das sind kleine Gespenster und auch Fledermäuse. Dann noch eine Geister-Gerlande. Die sieht so aus. Und dann haben wir natürlich noch Servietten. Passend zu den Bechern. Bring your own boobs. So. Dann natürlich auch noch Teller. Und zum Aufstellen finde ich richtig geil ein Gespenst. Das ist ungefähr 55 cm groß. Ist größer als Vincent. So sieht das aus. Genau. Das ist alles in dem Paket enthalten, das ich unter euch verlosen möchte. Und wie gesagt, das ist eine Blitzverlosung. Geht ganz, ganz schnell. Also nehmt auch bitte nur teil, wenn ihr dann auch sofort, wenn die Verlosung endet, nachschaut, ob ihr gewonnen habt. Weil dann brauche ich wirklich ganz, ganz schnell eure Adresse, damit das Ganze noch rechtzeitig zu euch kommt. und wie gesagt, diese vier Produkte, also die Perücke, den geilen Haarreif, die Tattoos und das Make-up werdet ihr noch in zwei Videos sehen. Dabei wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß. Ich bin auch gespannt, wie es werden wird. Weil es ist das erste Mal, dass ich sowas für euch machen werde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich setze euch den Link, wo ihr das alles findet, unten in die Infobox. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.